Horoskop für heute, Wassermann, 14. Oktober 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Heute liegt der Fokus auf Zusammenarbeit und Selbstausdruck, da die Sonne in Ihrem spirituellen Sektor in Harmonie mit dem Mond in Ihrem Zeichen steht. Wenn Sie etwas wiedergutmachen oder aufholen möchten, ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Ihr persönlicher Einfluss ist stark. Da Merkur jedoch herausfordernde Aspekte bildet, kann Ihr Geist stellenweise unruhig oder verunsichert sein. Versuchen Sie, Entscheidungen nicht zu überstürzen, insbesondere wenn Sie sich Sorgen machen, was möglich ist, da Merkur und Pluto auf einen angespannten Aspekt zu steuern. Strategisches Denken kann Ihnen zwar von Vorteil sein, aber zu viel Nachdenken wird Sie wahrscheinlich in die Irre führen. Es ist sinnvoller, Probleme Schritt für Schritt anzugehen. Denken Sie so gemäßigt wie möglich, denn wenn wir die Dinge zu weit treiben, stolpern wir bei diesem Aspekt am ehesten. Versuchen Sie, sich nicht von Angst täuschen zu lassen und überlegen Sie, wie Sie Ihr Leben vereinfachen können, insbesondere auf geistiger Ebene, indem Sie die Dinge ausschließen, die Sie überfordern. Achten Sie auf die feine Linie zwischen gesunder Skepsis und Misstrauen. Im Idealfall führen Hindernisse Sie letztendlich zu einem stärkeren Wissens- oder Überzeugungszustand. Frische himmlische Schwingungen erwarten Sie. Die süße Venus, unser Göttinnenplanet der Anziehung, des Applauses und der Beziehungen, wird durch Ihr Solarhaus schwimmen. Auch wenn dies Ihre Aufmerksamkeit zunächst von Ihrem Privat- und Liebesleben ablenken und Ihr Berufsleben begünstigen könnte, geben Sie die Hoffnung nicht auf. Nutzen Sie dieses Strahlen, indem Sie mit Ihrem Einzigen darüber sprechen, wie Sie Ihre Karriere immer wirklich mit Herzensangelegenheiten in Einklang bringen möchten. Seien Sie verletzlich, sensibel, emotional und offen. Sie werden sich wie ein kostbares Juwel fühlen, das Sie unter den Wellen ausgegraben haben, wie das Herz des Ozeans. Vertrauen Sie auf das, was Sie tun und schaffen können. In letzter Zeit sind Sie vielleicht auf eine kreative Blockade gestoßen, die Sie bei Ihren leidenschaftlichen Projekten und Ideen unsicher machen könnte. Sie haben die Chance, die Art und Weise, wie Sie mit dieser Energie umgehen, radikal zu ändern, wenn Jupiter im Zwilling im Sextil zu Chiron im Widder steht. Lassen Sie in dieser glanzlosen Zeit keine negativen Gedanken aufkommen. Versuchen Sie, sich selbst herauszufordern, positiver über den Wert Ihrer Vorstellungskraft, Leidenschaften und Talente nachzudenken. Sie haben so viel zu bieten, wenn Sie an sich glauben. Die heutige Planetenkonstellation kann dazu führen, dass Sie sich intensiv mit sich selbst auseinandersetzen. Wenn Sie Schwächen sehen, akzeptieren Sie diese. Wenn Sie Stärken sehen, feiern Sie sie. Reagieren Sie auf sich selbst so, wie andere in einer idealen Welt auf Sie reagieren würden, und diese Welt wird bald Ihre sein. Es gibt keinen Grund, warum Sie Ihre Gesundheitsziele nicht erreichen können. Sie können so schön sein, wie Sie möchten. Die einzige Voraussetzung ist, dass Sie es ernst nehmen und sich dafür einsetzen. Die Schwingungen sprechen für ein besseres Sozialleben für Sie. Sie haben zwar viel geleistet, Ehrungen und Anerkennung erhalten und wurden befördert, aber Ihr Liebesleben ist nicht perfekt, oder zumindest denken Sie das. Warum hören Sie nicht auf, sich zu verbarrikadieren und für sich zu bleiben? Seien Sie bei Ihrer Suche nach Liebe weniger anspruchsvoll und hören Sie auf, sich selbst davon zu überzeugen, dass Sie nicht interessiert sind. Ihnen fehlt das Selbstvertrauen. Denken Sie in den nächsten Tagen darüber nach, eine Liebesaffäre zu beginnen. Wenige Stunden nachdem der Mond heute in den Wassermann zurückkehrt, wird Pluto seine direkte Bewegung beginnen. Nachdem er vor fünfeinhalb Wochen rückläufig aus dem Wassermann ausgetreten ist, markiert dieser Wechsel den Beginn einer Rückreise, die weitere fünfeinhalb Wochen dauern wird. Plutos Abwesenheit wird insgesamt nur elf Wochen betragen, da er nächsten Monat für einen verlängerten Aufenthalt von 20 Jahren wieder in den Wassermann eintritt. Dieses zeitgemäße Ereignis fällt mit dem Wochenende zusammen, sodass der Mond mit Planeten interagieren kann, die bereits die spielerischen, kreativen und abenteuerlichen Aspekte des Lebens mit Energie versorgen. Die Rückkehr des Mondes in den Wassermann heute ist vielleicht ein ganz normales monatliches Ereignis, aber es liegen nicht nur Anzeichen von Veränderungen in der Luft, sondern am Wochenende besteht auch die Chance, ein besseres Gefühl für eine große Veränderung zu Beginn der Woche zu bekommen. Der Mond kehrt rechtzeitig zurück, um Jupiters erstes Wochenende in rückläufiger Bewegung in ihrem romantischen Sektor seit über einem Jahrzehnt eng ausgerichtet zu verbringen und so ein Gefühl romantischer Nostalgie zu verstärken. Täglicher Planetenüberblick Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass es etwas in Ihrem Leben gibt, das Sie zurückhält oder belastet, wie eine Wolke, die sich einfach nicht lichten will? Ob es nun ein überholter Glaube ist, der Ihnen nicht mehr dient, eine Beziehung, die Ihren Lauf genommen hat, oder sogar ein Karriereweg, der seinen Reiz verloren hat, dies könnte der perfekte Moment sein, um es loszulassen. Wir alle haben diese anhaltenden Gedanken oder Situationen, die in unseren Gedanken und Herzen Platz einzunehmen scheinen, aber wenn wir sie loslassen, schaffen wir Platz für neue Möglichkeiten und Wachstum, die besser mit dem übereinstimmen, was wir werden. Überlegen Sie einen Moment, was Sie in Ihrem Leben loslassen könnten, um Platz für etwas Besseres zu schaffen? Gibt es etwas, an dem Sie festgehalten haben und das sich nicht mehr passend anfühlt? Vielleicht ist es eine Denkweise, die Ihr Potenzial begrenzt hat, oder vielleicht ist es eine Routine, die eher zur Last als zum Segen geworden ist. Betrachten Sie dies als Zeichen dafür, dass Loslassen nicht nur in Ordnung ist, sondern für Ihre Entwicklung notwendig ist. Fällt Ihnen etwas ein? Wenn ja, teilen Sie uns Ihre Gedanken mit. Was sind Sie bereit loszulassen oder abzuschließen, um Ihre wahre Kraft zu entfalten? Dies könnte der Beginn einer kraftvollen Transformation sein. Jetzt, da Chiron im Widder rückläufig ist und Jupiter im Zwillinge-Sextil bildet, stellen Sie möglicherweise Ihr Glaubenssystem in Frage. Diese Ausrichtung kann Gefühle der Unsicherheit hinsichtlich Ihrer Moral, Werte und Ethik hervorrufen. Es könnte Ihnen schwerfallen, wenn auch nur für einen Moment, an dem festzuhalten, was Sie immer für wahrgehalten haben. Dieser innere Konflikt ist jedoch nichts Schlechtes, sondern eine Gelegenheit zur Heilung und zum Wachstum. Manchmal ist das Hinterfragen dessen, was wir glauben, der erste Schritt zur Stärkung eben dieser Überzeugungen. Nutzen Sie diese Zeit, um zu bekräftigen, was Ihnen wirklich wichtig ist. Finden Sie Kraft in den Grundwerten, die definieren, wer Sie sind, denn es sind diese Überzeugungen, die Ihnen Halt geben, selbst wenn sich die äußeren Umstände zu ändern scheinen. Achten Sie gleichzeitig auf die Versuchungen um Sie herum. Unter diesem planetarischen Einfluss könnten Sie sich von flüchtigen Trends angezogen fühlen oder in Versuchung geraten, sich etwas zu gönnen, das sofortige Befriedigung verspricht. Ob es sich um einen Kauf handelt, den Sie sich eigentlich nicht leisten können, oder um eine Erfahrung, die keinen langfristigen Wert hat, widerstehen Sie dem Drang, vorübergehender Befriedigung nachzujagen. Es ist leicht, sich vom Moment mitreißen zu lassen, besonders wenn das Leben überwältigend oder unsicher erscheint. Aber denken Sie daran, die schnelle Lösung wird Ihre Stimmung oder Situation auf lange Sicht nicht verbessern. Gönnen Sie sich stattdessen einen Moment Abstand und machen Sie eine Verschnaufpause. Distanzieren Sie sich vom Alltagsstress und den Verpflichtungen, wenn auch nur für kurze Zeit. Dieses Gefühl der Freiheit, das entsteht, wenn Sie Abstand vom Lärm gewinnen, gibt Ihnen die Klarheit, zu erkennen, was Ihnen wirklich gut tut. Haben Sie bemerkt, wie viel klarer Ihre Gedanken werden, wenn Sie sich einen Moment der Ruhe gönnen? Manchmal genügt diese einfache Pause, um eine neue Perspektive auf das zu gewinnen, was wirklich wichtig ist. Die Sterne stehen in vielen Bereichen günstig für Sie, insbesondere in finanziellen Angelegenheiten. Sie haben im Moment einen starken Instinkt für profitable Geschäftsentscheidungen, also halten Sie den Schwung aufrecht. Ob Sie einen Deal aushandeln, in ein neues Unternehmen investieren oder verschiedene Optionen für Ihre finanzielle Zukunft in Betracht ziehen, Ihr Urteilsvermögen ist scharf und das Universum unterstützt Ihre Bemühungen. Denken Sie nur daran, nicht zu hoch zu zielen, denn es stehen Ihnen viele Möglichkeiten offen, aber Geduld wird sicherstellen, dass Sie langfristig die beste Wahl treffen. Hmm.